Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen YouTube-Tutorial. Vor einiger Zeit kam die Frage rein, wie ich denn einen YouTube-Kanal ausblenden lassen kann, wenn ich dessen Inhalte nicht mag und ich ihn deswegen nicht andauernd angezeigt bekommen möchte. Das ist eigentlich ganz einfach und ich zeige euch, wie das funktioniert und auch wie man es rückgängig macht, denn das ist ein bisschen sehr kompliziert versteckt von Google bzw. YouTube. Dafür befinde ich mich jetzt auf der Startseite von YouTube und ich möchte ein Video bzw. ein Kanal ausblenden. Wir nehmen den, denn den kenne ich nicht, damit mache ich nichts falsch. Wir gehen auf den Videotitel und dann rechts auf die drei Punkte und nun haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, keine Videos von diesem Kanal empfehlen anzuklicken und es betrifft dann wirklich diesen Kanal. Die zweite Möglichkeit darüber hinaus ist, wenn man den Kanal vielleicht nicht schlecht findet, aber jetzt gerade das Thema nicht, dass man kein Interesse anklickt. Das sorgt nämlich dafür, dass der YouTube-Algorithmus daraus lernen kann. Habe ich mir ein Food-Tutorial angesehen, aber ich wollte nur das eine sehen und habe jetzt plötzlich die ganze Startseite voll, dann kann ich auf kein Interesse klicken und der Algorithmus lernt daraus, dass ich diese Tutorials in Zukunft nicht mehr sehen möchte. Dementsprechend wählt aus, was ihr möchtet. In dem genannten Fall wäre es jetzt so, dass wir keine Videos von diesem Kanal empfehlen. Für den Trend ist kein Interesse aber auch nicht schlecht. Wir drücken da drauf und der Kanal wird mir in Zukunft nicht mehr empfohlen. Hier sehen wir auch, wenn ich mich jetzt verdrückt hätte oder ich denke, dass die Entscheidung nicht richtig war, könnte ich das direkt rückgängig machen. Doch was ist, wenn diese Seite jetzt nicht mehr da ist? Dann habe ich auch dieses Feld nicht. Deswegen zeige ich euch das noch, denn das ist sehr versteckt. Dafür befinde ich mich zunächst einfach mal bei Google und dann muss ich oben auf mein Kanalbild drücken und dann auf Google Konto verwalten. Hier wechseln wir in den Reiter Daten und Personalisierung, dann auf Web- und App-Aktivitäten, dann auf Aktivitäten verwalten, dann auf andere Google-Aktivitäten, ja, ihr seht, das ist ein bisschen länger und hier scrollen wir ein bisschen nach unten, bis wir unter den anderen Aktivitäten diesen Punkt finden, nämlich YouTube-Feedback vom Typ kein Interesse. Da sind diese beiden Punkte integriert, das heißt nicht nur, wenn ich kein Interesse angeklickt habe, sondern auch, dass ich gewisse Kanäle nicht mehr sehen möchte, drücke ich auf Löschen, dann kann ich das auch wieder rückgängig machen. Wird in den meisten Fällen nicht notwendig sein, ich wollte euch nur mal den aufwendigen Weg dahin zeigen, damit ihr im Zweifel eben das auch wieder rückgängig machen könnt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao. Bis dahin, euer Schawo.